Jetzt soll sogar Weihnachten abgeschafft werden. In Europa und Deutschland mehren sich Berichte über Bestrebungen seitens der Politik und Behörden, traditionelle christliche Feste und Bräuche zu verändern oder abzuschaffen, was bei vielen Bürgern für Unmut sorgt. Ein internes Dokument der Europäischen Kommission, verantwortet durch die EU-Kommissärin Helena Daly, sorgt für Aufsehen. Es legt nahe, dass Begriffe wie Weihnachten und biblische Figuren wie Maria und Josef aus dem offiziellen Sprachgebrauch entfernt und durch neutralere Ausdrücke ersetzt werden sollen. Dies soll Teil eines Leitfadens für inklusive Kommunikation sein, der die Vielfalt der europäischen Kultur darstellen und den integrativen Charakter der Kommission zeigen soll. In Deutschland reagieren viele Bürger mit Empörung auf diese Entwicklung. Beispielsweise hat eine Kindertagesstätte in Hamburg beschlossen, dieses Jahr auf das Aufstellen eines Weihnachtsbaums zu verzichten, was im Internet heftige Reaktionen hervorrief. Die Entscheidung des Trägers wurde sogar von Unionspolitikern kommentiert. Ähnliche Vorfälle ereigneten sich in Österreich, wo in einem Kindergarten der traditionelle Nikolausbesuch verboten wurde, was bei Eltern für Entrüstung sorgte. Die Begründung für solche Maßnahmen liegt oft in dem Wunsch, die kulturelle Vielfalt und Inklusivität zu fördern. Kritiker sehen darin jedoch eine Gefährdung der eigenen kulturellen Identität und christlichen Werte. Sie argumentieren, dass die Anpassung der traditionellen Bräuche an andere Kulturen zu weit gehe und fordern eine Integration der Neuankömmlinge in die bestehende Kultur, anstatt umgekehrt die einheimische Kultur anzupassen. Diese Entwicklungen spiegeln einen wachsenden Konflikt in der europäischen Gesellschaft wider, der die Balance zwischen kultureller Vielfalt und dem Erhalt traditioneller Werte betrifft. Während einige für eine stärkere Berücksichtigung und Integration unterschiedlicher kultureller Hintergründe plädieren, befürchten andere, dass dies zu einer Erosion der eigenen kulturellen Identität führt. Die Diskussion um diese Themen wird in der Öffentlichkeit und in den Medien intensiv geführt und zeigt, wie komplex und emotional geladen das Thema der kulturellen Integration in Europa ist.